Jetzt hören wir noch einmal auf den Predigtext, der heute in Philippa 1, die Verse 29 bis 30 steht. Aber damit wir nochmal den ganzen Kontext vor Ohren haben, lesen wir ab Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, das für sie ein Zeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. So, lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde hier in Hannover vor Ort und alle Außenstationen, liebe Leute, die ihr sonst an anderen Orten mit dabei sein könnt, jetzt oder zeitversetzt bei diesem Gottesdienst, indem wir die Auslegung des Philippabriefes fortsetzen wollen. in Philippa 1, 29 bis 30. Wie bekomme ich meine Information so schnell wie möglich von A nach B? Diese Frage war immer aktuell, auch im 19. Jahrhundert, als es für die Strecke von St. Joseph in Missouri bis nach Sacramento in Kalifornia noch keine Telegrafenleitung gab. Die sollte erst im Winter, 1861, 1862 kommen. Also Sacramento an der Westküste und St. Joseph im Herzen der USA. Heute braucht man dafür laut Google Maps etwa 26 Autostunden. Ein findiger Privatunternehmer gründete aber schon im Frühjahr 1860 dazu den Pony Express. Der transportierte Briefe durch rasende Reiter über eine Strecke von 2400 Kilometern, also rund 1500 Meilen. So ein Expressbrief kostete 2,50 Dollar pro 30 Gramm. Und die Arbeitsbedingungen der Reiter waren knallhart, muss man sagen. 150 Kilometer pro Tag unter Druck. Etwa alle 30 Kilometer sollte das Pferd an einer Relaisstation gewechselt werden. Dabei durften die Reiter nur schmalstes Gepäck mit sich führen, wozu ein knappes Fresspaket mit Maismehl und Schinken gehörte. Für Notfälle hatten sie als medizinische Hilfe dabei Terpentinenöl, ein Natriumpräparat und Weinsteinsalbe. Aus Gründen der Mobilität sollten sie nur leicht gekleidet sein, also in Hemdsärmeln. Und sie mussten jederzeit damit rechnen, auf dieser Strecke von Eingeborenen angegriffen zu werden, deren Gebiet sie durchquerten. Die Stellenanzeige, die Stellenanzeige mit der 1860 in einer Zeitung von San Francisco nach Reitern gesucht wurde, die diesen gefährlichen Job beim Pony Express haben wollten. Diese Stellenanzeige sagt alles. Gesucht, junge Männer, dünn und drahtig gebaut, nicht älter als 18 Jahre. Sie müssen fähige Reiter sein, täglich zum Risiko bereit, Waisenkinder bevorzugt. Orphans preferred. Diese Stellenanzeige ist ehrlich. Sie ist brutal ehrlich. Sie verspricht das Gegenteil zu einem leichten, abgesicherten Job. Und trotzdem haben sich junge Männer gefunden, die damals beim Pony Express eingestiegen sind. Über die Gründe kann man spekulieren. Als der Herr Jesus seinen ersten Jünger in den Dienst berief, in diesen Dienst, den Jesus Nachfolge genannt hat, da klang seine Stellenanzeige ähnlich herausfordernd. Ähnlich herausfordernd. Und etwa in Lukas 9 lesen wir darüber, wie Jesus das definiert hat, dieses Dienstprofil. Lukas 9, Abvers 23 nochmal. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verliere sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das sind die Aussichten. Und Petrus selbst, der das ja aus dem Munde Jesu gehört hatte, Petrus selbst schrieb später an junge Christen, in Erzter Petrus 2, Zitat, Wenn ihr um guter Tatenwillen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr seinen Fußdapfen nachfolgen sollt. Und Paulus, nachdem Paulus sich bekehrt hatte, gehörte das zu den ersten Informationen, die Jesus ihm durch seinen neuen Glaubensbruder Hananias übermitteln ließ. Da sprach der Herr, Apostelgeschichte 9, Vers 15, zu Hananias, geh nur hin, also zu Paulus, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor König und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Apostelgeschichte 9, Vers 16. Und später wird Paulus dann an seinen Schüler Timotheus schreiben, 2. Timotheus 3, Vers 12, Alle, die ein gottseliges Leben führen wollen, in Christus Jesus müssen Verfolgung leiden. Also der Befund ist eindeutig, wobei Verfolgung und Leiden ganz unterschiedliche Gestalt annehmen kann. Das kann Sport sein, Mobbing, offenkundige und öffentliche Diffamierung, Ausgrenzung aus dem Freundeskreis, bis hin zu Gefängnis und Folter. Und auch hier in der Fortsetzung unseres Philippabriefes schenkt Paulus seinen Philippan reinen Wein ein. Was sollte er auch sonst tun? Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinet Willen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Nun, das war auch für die Philippa keine ganz neue Erkenntnis, dass zum Christ sein Leiden dazugehörte. Sie waren eigentlich ganz gut vorbereitet darauf. Schon zehn Jahre vorher bei der Gründung dieser Gemeinde hatten sie das ja am Beispiel des Paulus miterlebt. Und darauf bezieht sich Paulus ja auch in Vers 30a. Ihr habt denselben Kampf an mir gesehen. Und das ist der Kampf, den man in Apostelgeschichte 16 nachlesen kann, wo von der Gründung der Gemeinde in Philippi berichtet wird, die unter anderem damit zu tun hat und verbunden ist, dass Paulus und Silas dort erstmal in den Knast gesteckt werden, woraufhin sich der Kerkermeister von Philippi dann am Ende bekehrt. Ja, aber da heißt es erstmal in Apostelgeschichte 16, Vers 24, als der Kerkermeister den Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block und Mitternacht aber erbeteten Paulus und Silas und lobten Gott. Also, das kannten die Philippa damals aus der Zeit ihrer Gründung. Und auch jetzt, zehn Jahre danach waren sie natürlich von der Inhaftierung des Paulus unterrichtet. Das meint dieser zweite Satz im Vers 30, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört, jetzt von mir hört, dass ich hier im Gefängnis sitze. Leute, der Kampf ist noch nicht vorbei. Und sie selbst bekamen auch zu spüren, dass die Luft für sie dünner wurde. Und deshalb besteht ein wichtiges Anliegen des Philippabriefes darin, die Christen für diese Situation zu ermutigen und auszurüsten. Ein wichtiges Anliegen des Philippabriefes. Letzten Sonntag hatten wir ja gesehen, als wir vor allem Vers 27 und 28 studierten, dass Paulus ihnen zuruft, lasst euch nicht einschüchtern. Es gibt nicht den geringsten Grund für euch, euch einschüchtern zu lassen. Wir kämpfen gemeinsam für den Glauben des Evangeliums und dazu gehört, dass wir es offensiv verteidigen, dass wir es offensiv verkündigen, wohlwissend, dass damit auch die Widersacher auf den Plan gerufen werden. Aber wir können nicht schweigen. Und wir müssen deshalb auch ganz nüchtern die Folgekosten einberechnen, von denen schon der Herr Jesus gesprochen hat, in Lukas 9, Markus 8 etwa, und an die Paulus sich hier ja auch wieder erinnert. Und an die Paulus, die Philippa erinnert. Euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinet Willen zu leiden. Noch eine wichtige historische Einordnung, die Sie kennen müssen. Als Paulus diese Zeilen schreibt, ist der brutale Kaiser Nero bereits an der Macht seit 58 nach Christus. Wir wissen ja, Nero wird der erste systematische, flächendeckende Christenverfolger. Aber als Paulus den Philippabrief entwickelt, da hat die systematische Verfolgung wahrscheinlich noch nicht begonnen. Obwohl Nero schon an der Macht ist. Die Verhaftung des Paulus in Jerusalem war ja ausgelöst worden durch seine jüdischen Volksgenossen. Erstmal nicht durch die Römer, dort in Jerusalem. Und etwa in Athen, das können Sie in Apostelgeschichte 17 lesen, hat er ja eine sehr freie wissenschaftliche Redesituation dort auf dem Areopark genießen können. Da gab es keine Cancel Culture in Athen. In Thessalonich, am Anfang von Kapitel 17, Apostelgeschichte, war das anders gewesen. Da hatte ihn eine bestimmte Gruppe der jüdischen Gemeinde massiv unter Druck gesetzt. Die Römer haben Paulus ja zeitweilig sogar beschützt, zum Beispiel in Jerusalem. Aber, als Paulus dann erstmal in die Mühlen der römischen Justiz geriet, er hatte sich ja selbst auf den Kaiser berufen, da bekam er auch die Willkür ihres Systems immer wieder zu spüren. Sie haben ihn mal längere Zeit im Gefängnis gelassen, ohne Prozess. Und es wurde dann nicht leichter für ihn. Aber das müssen Sie wissen, die Eskalation, der Umbruch zu einer massiven Christenverfolgung im ersten Jahrhundert passiert erst, als Rom 64 nach Christus in Flammen aufgeht. Wir lesen das bei Tacitus. Und Tacitus berichtet auch von dem Gerücht, das sich sehr schnell verbreitete, nämlich Nero selbst habe Rom angezündet, um auf den Ruinen eine neue Prachtarchitektur erstehen zu lassen, zur Ehre seines Namens. Dieses Gerücht breitet sich aus und in seiner Panik flüchtet sich der Kaiser in ein gewagtes Manöver. Nicht er selbst, nein, wo kämen wir da hin, sondern eine eigenwillige Minderheit habe den Brand gelegt. Die Christen, die Christen waren es. Und die Massen sind schnell bereit, das staatliche Narrativ zu glauben und die staatlichen Hinrichtungen zu bejubeln. Als Paulus den Philippabrief schreibt, da ist der Brand mit höchster Wahrscheinlichkeit noch nicht geschehen, aber die Stimmung gegen die Christen ist schon angespannt. Deswegen konnte ja Nero da sehr gut dran anknüpfen. Die Christen passen einfach nicht rein ins System mit ihrem Wahrheitsanspruch, mit ihrer Aufrichtigkeit, mit ihrer Unbestechlichkeit. Und so macht Nero sie zum Sündenbock. Und das alles braut sich zusammen. Es kommt auch auf die Philippa zu, wenn sie sich weiter offen zu Jesus bekennen. Und deshalb brauchen sie diese Verse 29 bis 30 so dringend, wo Paulus uns zurüstet, mit Leid umzugehen, dass uns als Christen für unser Christsein widerfährt, damit wir es einordnen können. Euch ist es gegeben, um Christi Willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinet Willen zu leiden. Und wenn sie genau hinhören, dann merken sie, der Ton, den Paulus hier gebraucht, ist das Gegenteil von alarmistisch, das Gegenteil von panisch, das Gegenteil von sensationsheischend, im Gegenteil. Sonst hätte der Titel unserer Predigt heute Morgen gelautet, Vorsicht, Leid! Der Titel lautet aber, und Sie werden das auf dem Thumbnail zum Video dann nochmal nachprüfen können, der Titel lautet, Leiden lohnt. Leiden lohnt. Was meint Paulus hier mit dem Leiden? Was ist das Wesen des Leidens, von dem er spricht? Und warum dürfen wir Christen dieses Leiden sogar als ein Privileg, als ein Vorrecht verstehen, mit dem Gott uns etwas Gutes angedeihen lässt? Das wollen wir in den kommenden Minuten zu klären versuchen. Und dazu müssen wir Vers 29 möglichst genau übersetzen, Sie haben den jetzt mehrfach vorgelesen gehört. Wörtlich heißt es dort, euch, also euch Christen ist es gegeben oder geschenkt, wörtlich dann das für Christus. Euch Christen ist es geschenkt, nämlich das für Christus, was eure Christusbeziehung ausmacht, was für euer Verhältnis zu Jesus grundlegend ist, nämlich nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Für ihn zu leiden. Wir werden heute zwei Punkte haben und das Erste, das Leiden, zu dem der Apostel uns ermutigen will, ist Leiden für Christus. Erstens also, wenn Sie mitschreiben, Leiden für Christus. Es gibt ja auch viele andere Ursachen für Leid, Krankheit, schwere Lebensumstände, menschliche Gemeinheit, berufliche Krisen und vieles mehr. Auch damit dürfen wir jederzeit zu unserem Herrn kommen. Und auch dafür gibt es eine Telefonnummer Gottes, die jederzeit offen steht. Sie wissen schon, die Nummer 50, 15, Psalm 50, Vers 15, wo Gott sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen, steht immer offen. Aber hier jetzt in unserem Text spricht Paulus exklusiv über ein Leid, über ein Leid, das nur Christen kennen. Leiden für Christus. Und unser Vers 29 knüpft unmittelbar an den Schluss von Vers 28 an. Dort in Vers 28 haben wir letztes Mal gesehen, hatte Paulus gesagt, Leute, dass ihr euch in dieser Spannungssituation befindet und trotzdem treu zu Jesus und zu seinem Evangelium steht. Spannung und Widerstand, das ist für eure Widersacher ein schlechtes Zeichen, ein schlechtes Signal. Es überführt sie. Sie werden früher oder später merken und ahnen, dass sie keine Chance gegen euch haben und dass sie selbst verloren sind. Dass ihr durchhaltet, dass es diesen Konflikt gibt, ist für sie ein Warnsignal. Aber für euch, sagt Paulus, ist es ein ermutigendes Zeichen. Es ist ein Zeichen dafür, dass ihr gerettet seid. Es ist ein Zeichen dafür, dass ihr Jesus lieb habt, dass ihr wirklich zu Jesus gehört. Und dann bringt unser Vers 29 nochmal die Begründung, warum diese Spannungssituation ein gutes Zeichen für Zeichen. Weil, warum ist es ein gutes Zeichen? Dieser Konflikt, dieses ertragene Leiden für Christus ist zum einen deshalb ein gutes Zeichen für euch, sagt Paulus, weil es ein Gnadengeschenk von Gott ist. So kann man das übersetzen. Euch ist es gegeben, ist eigentlich noch viel zu schwach übersetzt. Es ist ein Gnadengeschenk von Gott. Ihr leidet nicht, weil ihr das verschuldet hättet. Da steht im griechischen euch ist es gegeben Charizomai. Und in dem Wort Charizomai steht das Wort für Gnade. Ihr werdet gnädig von Gott behandelt, es wird euch gnädig gewährt. Grammaticalisch steht da ein typisches Passivum Divinum, das heißt ein göttliches Passiv, da steht es wird euch gewährt und es muss gar nicht ausgesprochen werden, wer das gewährt, weil das so offensichtlich ist, nämlich Gott. Und deswegen kann man einfach diese Passiv Form verwenden, es wird euch gewährt. Es ist euch gegeben als ein großzügiges Geschenk von Gott und das heißt auch, es ist etwas, wofür ihr dem Herrn aus tiefstem Herzen dankbar sein solltet. In einer englischen Übersetzung heißt dieses es ist euch gegeben, God has graciously granted you the privilege. Also Gott hat euch großzügig das Privileg gewährt, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern auch für Jesus zu leiden. Graciously granted the privilege. Naja, beim Glauben, da hatten sie das schon verstanden, dass es ein Geschenk ist. Dass Gott ihnen das gnädig geschenkt hat, an Jesus zu glauben, dass sie niemals verdient hätten, an Jesus zu glauben. Ganz auffällig, das ist eine Definition des Christseins, die uns auch aus dem Johannes Evangelium vertraut ist, Johannes 3 Vers 16, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren beschreibt Paulus das auch. Ein Christ ist einer, der an Jesus glaubt. Glaubst du an Jesus? An Jesus glauben, das meint diese persönliche Vertrauensbeziehung zwischen Jesus und mir. Ich glaube nicht nur, dass es ihn gibt, das glaubt der Teufel auch. Ich denke nicht nur über ihn nach, das machen viele, sondern ich glaube an Jesus. Ich hänge mit meinem Herzen an ihm. Ich vertraue mich ihm persönlich an. Und dieser Glaube, sagt Paulus, ein wunderbares Geschenk, ein Geschenk, das Gott mir durch das Evangelium gebracht hat. Euch ist es geschenkt, im Hinblick auf das, was Christus betrifft, an ihn zu glauben. Aber dann kommt das Zweite, was Paulus hier in Vers 29 nennt. Paulus sagt, das ist genauso ein Geschenk. Nicht nur an ihn zu glauben ist ein Geschenk aus Gnade, sondern auch für ihn zu leiden. Und Paulus hebt das besonders hervor. In diesem Vers liegt der Akzent noch mehr auf dem Leiden als auf dem Glauben. Dadurch, dass das Verb Leiden, also Passien, ganz am Ende dieses Satzes steht. Euch ist es gegeben, um Christi Willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden. Darauf endet dieser Satz. Und damit haben wir schon mal das Wesen dieses Leidens benannt. Leiden für Christus. Wo, liebe Geschwister, leiden wir für Christus? Nun, das beginnt nicht erst mit der klassischen Verfolgung. Wir kennen ja diese Begebenheit aus der ganz frühen Gemeindegeschichte von der Apostelgeschichte 5 berichtet, wo die Apostel mal ganz kurz ins Gefängnis wandern. Also da hat diese große Verfolgungswelle noch nicht begonnen, weil sie im Tempel gepredigt haben und in der Öffentlichkeit und man ihnen das verbieten wollte. Und dann werden sie vom Engel auf wundersame Weise aus dem Gefängnis befreit. Und während ihre Gegner die Verhandlung mit ihnen starten wollen, erfahren sie zu ihrem Erschrecken, die sind schon wieder im Tempel, die predigen einfach weiter. Und dann werden sie vor den Hohen Rat geführt, eingeschüchtert, zumindest versuchen die das, sie werden gegeißelt, also leicht ausgeprügelt, aber dann freigelassen. Und nachdem das passierte, lesen wir hier in Apostelgeschichte 5 Vers 41, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Willens Schmach zu leiden. Fröhlich, sie haben dieses Privileg begriffen und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in Häusern zu lernen, die haben weitergemacht. Und in diesem Kapitel steht ja auch der wichtige Vers, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die haben weitergemacht. Also Verfolgung, Unterdrückung, Druck beginnt nicht erst mit der klassischen großen Verfolgungswelle, im Büro, wo wir diesen Druck spüren, wenn wir uns zu Jesus bekennen, in der Schule, im Seniorenheim, in der Nachbarschaft. So beginnt es. Und sie gehen fröhlich davon, weil sie sagen, wir sind dessen gewürdigt worden, für den Herrn zu leiden. Leiden lohnt. Und dann kommen sie schnell wieder auf freien Fuß, aber schon leiden für Christus. Und dann sehen wir etwas weiteres. Leiden für Christus ist oftmals mit der Verkündigung des Evangeliums verbunden. Natürlich. Das ist hier in Kapitel 5 der Fall. Und das kann man auch nachvollziehen. Man kann es nachvollziehen, warum die Verkündigung des Evangeliums heftigen Widerstand auslöst. Ist doch klar. Was unsere Adressanten, was die Hörer über sich selbst erfahren, das ist ja absolut dazu angetan, sie zu provozieren. Weil das Evangelium den natürlichen Menschen nicht streichelt, sondern erst mal entlarvt und ihm wenn er so weiterlebt wie bisher mit Sicherheit in der Hölle enden wird. Das sagt das Evangelium. Es demütigt unser Gegenüber, auch wenn wir es noch so freundlich verpacken. Der Inhalt ist ein Angriff. Und nicht immer sind die Hörer auf diese Diagnose des Evangeliums so gut vorbereitet wie jener zornige Witwer, von dem mir ein Kollege vor einiger Zeit erzählte. Er hat das recherchiert, weil er das in einem Buch auch mit verwenden will. Es ging um einen Witwer, der den Arzt seiner Frau erschießen will, mitten in Deutschland, weil der nach seiner Überzeugung seine Frau auf dem Gewissen hat. Behandlungsfehler. Und als der Witwer auf den Hausbesuch des Arztes wartet, geht er in Position hinter einer Hecke mit einem Gewehr. Aber statt des Arztes kommt unerwarteter Weise ein Versicherungsvertreter. Den erschießt er natürlich nicht und der kommt mit dem Versicherungsmann ins Gespräch, der entpuppt sich als Christ und versucht ihm eben auch das Evangelium zu erklären. Im Laufe dieses Gesprächs sagt er diesem Witwer auf den Kopf, sie sind zu allem fähig, sie könnten glatt jemanden erschießen. Der zuckt natürlich zusammen und dann packt er aus und erzählt seine Geschichte. Und der Versicherungsvertreter sagt, sorry, da muss ich erstmal meine andere Tasche aus dem Auto holen. Das war nicht die Tasche mit den Versicherungsformularen, sondern mit den christlichen Schriften. Und dann gibt er ihm ein Traktat zum Lesen, er erklärt ihm das Evangelium und der Witwer findet zum Glauben. Er wird wirklich Christ. Und später hat er dem Arzt dann erzählt, wenn der Versicherungsmann nicht gekommen wäre, dann wären sie jetzt ein toter Mann. Also der war auf diese anstößige Diagnose vorbereitet. Aber normalerweise ist das nicht der Fall. Normalerweise würden die Leute sagen, ich kann nicht mehr schießen, glaubst du selbst, ist ja unerhört. Aber anstößig ist nicht nur, was der Adressat über sein eigenes Problem erfährt, sondern anstößig ist auch, was der Hörer über den Anspruch Jesu erfährt. Es ist in keinem anderen das Heil, verkündigen die Jünger in der Apostelgeschichte 4, als einziger diesen absoluten Wahrheitsanspruch rechtfertigen. Er ist der Einzige, der uns zu Gottes Kindern machen kann, der unsere Schuld beseitigen kann, durch seinen Sühnetod am Kreuz. Er ist der Einzige und natürlich ist das eine inhaltliche Kampfansage an alle Ideologien und Religionen, die für sich beanspruchen, den Menschen zu retten. Und darum ist es normal, wenn Verkündigung des Evangeliums immer wieder auch Leid und Widerstand für den Verkündiger nach sich zieht. Das ist Leiden für Christus. Dass ihr nicht nur an ihn glaubt, sondern auch für ihn leidet. Nun gibt es einige Christen, und das haben wir gerade in den zurückliegenden drei Jahren erlebt, die behaupten, Leiden für Christus liegt nur dort vor, wenn das Leid die Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums ist. Also nur dort, wo es um das Kreuz Christi geht und die Frage, wie ein und weiter so sagen diese Leute, wenn ein Christ allerdings dadurch in Bedrängnis kommt, weil er sich unter Berufung auf die Bibel etwa gegen das Unrecht der Abtreibung ausspricht oder wenn er sich unter Berufung auf die Bibel gegen die Demontage der Schöpfungsordnung im Rahmen der Genderideologie ausspricht oder wenn eine Gemeinde sich gegen die Verhinderung von Gottesdiensten und Lobgesang durch staatliche Verordnungen ausspricht also wenn ein Christ oder eine Gemeinde dadurch im Bedrängnis kommt so behaupten diese Stimmen dann sei das kein Leiden für Christus dann könnten diese Bedrängten sich auch nicht auf unseren Text hier berufen dann könnten sie auch nicht auf den Segen des Leidens hoffen den Gott hier seinen Leuten verspricht das sei ja nur politisch und es habe deshalb keine geistliche Verantwortung dazu seien wir uns in diese gesellschaftlichen Fragen einzumischen und ich frage sie stimmt das meint Paulus mit dem Leiden um Christi willen nur jenen Widerstand der durch die unmittelbare Verkündigung des eigentlichen Evangeliums hervorgerufen wird schauen wir zunächst auf den Wortlaut Paulus sagt euch ist es gegeben zu leiden hier steht nicht um der Verbreitung des Evangeliums willen sondern um Christi willen das ist breiter darauf weisen auch etwa James Beuys oder O'Brien in ihren Kommentaren hin dass das hier deutlich mehr gemeint ist als die Verkündigung des Evangeliums auch wenn die Verkündigung des Evangeliums natürlich die oberste Priorität hat das schließt die Verkündigung des Evangeliums ein euch ist es gegeben zu leiden um Christus aber es geht darüber hinaus fragen wir nach einem biblischen Beispiel so stoßen wir natürlich auf Johannes den Täufer der seinen Herrscher Herodes Antipas in einer ethischen Frage konfrontierte nämlich im Hinblick auf die Eheethik und da lesen wir in Matthäus 14 Vers 4 denn Herodes hatte Johannes ergriffen gefesselt und in das Gefängnis geworfen wegen der Herodias der Frau seines Bruders Philippus denn Johannes hatte zu ihm gesagt es ist nicht recht dass du sie hast er hatte sich öffentlich für die biblische Eheethik ausgesprochen und diesen Herrscher gestellt so wie einige das dem damaligen Bundespräsidenten Gauck gesagt haben es ist nicht recht dass du im Präsidentenpalast in wilder Ehe lebst so und so hat es Johannes der Täufer gemacht und Johannes ist in seiner Integrität als Verkündiger von Jesus besonders gelobt worden Johannes kostete das in diesem Fall sogar das Leben und nun könnte mancher mit bedenklicher Miene sagen naja selber schuld Johannes dass du dich in die politische Arena gewagt hast Herodes war ja nicht mal ein Jude der war eben in diesem säkularen Umfeld aber das war eigentlich nicht dein Thema aber die Bibel zeigt uns doch das war in Gottes Willen das war Leiden um Jesu Willen was dem Willen Jesu entspricht was Jesus von uns unter anderem erwartet hat er in der Bergpredigt klipp und klar gesagt Matthäus 5 Vers 13 ihr seid das Salz der Erde wenn nun das Salz nicht mehr salzt womit soll man salzen es ist so nichts mehr nütze als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten ihr seid das Salz der Erde ihr Christen Salz hatte damals Kühlschrank Funktion es sollte Fäulnis verhindern und damit wollte Jesus sagen dass die Christen der Welt ihr Zeugnis ungeschmälert Schulden also auch das Zeugnis zu Gottes Ethik natürlich ist die wichtigste Information immer wie man in den Himmel kommt das hat klare Priorität weil das um die Ewigkeit geht und wir haben oft gesagt in den letzten Jahren besser in der Diktatur in den Himmel gekommen als in der Demokratie in die Hölle um das mal so ganz krass auszudrücken aber dann hat uns Gott in seinem Wort noch mehr offenbart Gott hat uns in seinem Wort verbindlich offenbart wer der Mensch ist er hat uns offenbart worin die Würde des Menschen besteht Gott hat uns offenbart dass Recht wichtig ist für das Zusammenleben von Menschen und was der Unterschied zwischen Recht und Unrecht ist Gott hat uns offenbart welchen Segen und welche Aufgabe die menschliche Sexualität hat unser Herr hat uns das Evangelium offenbart und er hat uns seine Ethik offenbart wie wir zu seiner Ehre leben sollen er hat uns offenbart wie diese von ihm geschaffene Welt grundsätzlich funktioniert und wer wären wir dass wir das auseinanderreißen durften verstehen sie Gottes Ethik ist letztlich die einzige die in dieser Welt funktionieren kann und darum müssen wir uns einmischen woher sonst sollen die Herrschenden erfahren welche Maßstäbe Gott von ihnen einfordert und Gott fordert von den Herrschenden Maßstäbe ein sie müssen wie die Bibel deutlich sagt Römer 13 1. Petrus 2 sie müssen die Bösen bestrafen und die Guten belohnen und deswegen müssen sie wissen was gut und böse ist und auch die Herrschenden werden einst im Gericht von Gott zur Verantwortung rufen und sie werden sich dafür verantworten müssen wie sie geherrscht und regiert und entschieden haben und darum schon brauchen sie unser Zeugnis sie brauchen das Zeugnis biblischer Ethik und das ist nicht im oberflächlichen Sinne politisch wir kommen nicht von links wir kommen nicht von rechts wir kommen auch nicht aus der Mitte sondern wir kommen von oben wir kommen von oben als Christen auch wenn wir fehlerhafte Menschen sind wir kommen von oben wenn wir die biblische Ethik mitbringen und dieser Welt bezeugen nicht weil wir so toll wären sondern weil wir die beste aller Quellen haben wir haben vom Himmel eine Ethik mitbekommen die uns persönlich bindet und die wir unserem säkularen Umfeld bezeugen müssen nicht aufzwingen Christen dürfen nie ein Dschihad führen aber sie sollen Zeugen sein sie müssen Zeugen sein wenn Menschen dazu verführt werden ihr gottgegebenes Geschlecht medizinisch verändern zu lassen dann werden wir schuldig wenn wir das biblische Menschenbild für uns behalten und es nicht in der öffentlichen Debatte bezeugen oder wenn unsere Zeitgenossen massiv unter Druck gesetzt werden ihren Leib ihren Leib der für Christen ein Tempel des Heiligen Geistes ist ihren Leib dem Staat so weit auszuliefern dass der Staat ihnen unter anderem ihres Arbeitsplatz Verlustes eine medizinische Maßnahme die unmittelbar in ihren Körper eingreift aufzwingen kann wenn diese Situation entsteht dann darf die Kirche Jesu Christi dazu nicht schweigen wie immer sich der einzelnen Freiheit entscheidet die Kirche Jesu Christi darf dazu nicht schweigen sie wird schuldig wenn sie schweigt und sie darf schon gar nicht ihre Glieder zusätzlich unter Druck setzen dem Zwang der Öffentlichkeit nachzugeben und sie darf erst recht nicht behaupten es sei ein Gebot der Nächstenliebe sich diesem Zwang zu unterwerfen dann wird sie schuldig und sie ist schuldig geworden denn wenn die Kirche so handelt bezeugende Wahrheit sich auf die Rettungslehre beschränkt sondern wo immer Gottes Wahrheit angegriffen wird sagt Martin Luther zu Recht da sind wir gefordert als Gemeinde wir können uns die Themen nicht aussuchen Luther hat es großartig auf den Punkt gebracht ich zitiere er sagt wenn ich auch mit der lautesten Stimme und klarsten Darlegung jedes Stück der Wahrheit Gottes bekenne mit Ausnahme jenes kleinen Punktes den die Welt und der Teufel im Moment angreifen dann bezeuge ich nicht Christus wie lautstark auch immer ich mich zu ihm bekenne und weiter die Treue eines Soldaten beweist sich da wo gerade der Kampf wütet außerhalb des Kampfes an der Front standhaft zu sein ist nichts anderes als Flucht und Schande wenn man am angegriffenen Punkt zurück weicht Zitat Ende und jetzt eine Entdeckung ein in dieser drastischen Kleid bei der Vorbereitung zu dieser Predigt aufgefallen ist wissen sie eigentlich was Jesus in der Bergpredigt unmittelbar vor dieser Aufforderung zum Salz sein und zum Licht sein sagt also unmittelbar vor Vers 13 ihr seid das Salz der Erde davor kommen die Verse Matthäus 5 11 und 12 und hören sie was da steht selig seid ihr wenn euch die Menschen um meinet will schmähen und verfolgen und reden allerlei mit Lügen seid fröhlich und getrost es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten die vor euch gewesen sind und dann kommt es ihr seid das Salz der Erde verstehen sie Jesus sagt ja das ist Druck das ist Druck Salz der Erde zu sein das ist Druck sich zu Gottes Wahrheit in allen Punkten zu bekennen aber auch das gehört zu eurem Dienst und auch wenn ihr dafür angegriffen werdet wenn ihr dafür bedrängt wird dürft ihr jubeln weil es euch reichlich gelohnt werden wird im Himmel deutlicher kann der Beweis nicht ausfallen auch das Salz Zeugnis gehört zu unserem Dienst ihr Lieben das heißt auch wenn wir wegen unseres Bekenntnisses zu Jesu Ethik angegriffen werden dann wertet Jesus das als Leiden für ihn dem er großen Lohn verspricht und dabei verweist er ausdrücklich auf die Parallele zu den Propheten die vor euch gewesen sind zu den gewiss auch Johannes der Täufer hört die Aufgabe ist dringend und darum das möchte ich zum Schluss dieses ersten Punktes noch sagen hat Francis Schaefer in seiner Kulturanalyse vor ca. 50 Jahren wie können wir den Leben der Titel zu Recht auf eine Gefahr hingewiesen die heute Francis Schaefer hat das was er da sagt nicht auf ein einzelnes Land bezogen sondern grundsätzlich formuliert er schreibt dort die Hauptgefahr im Blick auf das Aufkommen einer autoritären Regierung besteht darin dass viele Christen schweigen werden solange die religiösen Aktivitäten Evangelisationen und der persönliche Lebensstil nicht gestört werden Zitat Ende Francis Schaefer hat gesagt sie werden schweigen viele werden schweigen so lange sie sagen wir können noch weiter evangelisieren wir können im Wesentlichen unseren persönlichen Lebensstil weiter pflegen ist so alles in Ordnung und sie werden schuldig sagt Schaefer wenn wir nicht schweigen dürfen und man könnte hinzufügen manche werden nicht nur schweigen sondern sie werden sich mit den mächtigen solidarisieren und die eigenen Brüder zur Ordnung rufen das erleben wir bis heute aber der Apostel macht uns Mut er macht uns Mut Gottes ganze Wahrheit nicht auszuweichen den Konflikt nicht zu fürchten und das gilt sowohl für den Kampf um verlorene Menschenseelen mit dem Evangelium was die oberste Priorität hat als auch für den Kampf um die Schöpfungsordnung für die biblische Ethik mit der biblischen Ethik und für beides gilt die Verheißung unseres Textes für beides wo Paulus sagt ja euch ist es gegeben als Privileg um Christi willen nicht allein ihnen zu glauben sondern auch für ihnen zu leiden leiden lohnt und bitte sagt das auch euren Kindern sagt das euren Kindern wenn sie in der Schule verhöhnt und angegriffen werden macht ihnen den Rücken stark ich werde nie vergessen wie ich nach einem harten Schulvormittag nach Hause eilte die Einzelheiten sind schon etwas verschwommen also ob das am Ende der Grundschule war oder am Anfang des Gymnasiums und Evolution weiß ich auch nicht mehr aber das weiß ich wie wir in der Küche saßen und wie ich aufgewühlt meine Geschichte erzählte und mein Vater mich dann tröstete mit diesem Satz den ich nie vergessen werde es ist nicht schlimm es ist eine Ehre für Jesus zu leiden es ist eine Ehre für Jesus zu leiden leiden lohnt und das nahm meinem Herzen damals die Furcht aber auch die Demütigung sagt das euren Kindern es ist eine Ehre für Jesus zu leiden und ein zweites und das können wir etwas kürzer darstellen in diesem Leiden für Christus da zieht der Herr uns immer mehr auch in die persönliche Gemeinschaft mit ihm selbst hinein also das Leiden für Christus verbindet uns auch mit ihm und deshalb kennt Paulus nicht nur Leiden für Christus sondern das Zweite auch Leiden mit Christus Paulus hat ja öfter darauf hingewiesen und es ist ganz ganz wichtig dass sie diesen Gedanken noch mitnehmen weil es jetzt sehr persönlich wird Paulus hat öfter darauf hingewiesen dass durch dieses Leid unser Leben noch enger mit Jesus und seinem Kreuz verbunden wird das klingt erst mal abstrakt aber ich und in 2. Gründer 4 Vers 10 wird Paulus schreiben wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib umher wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leib und da ist der Leib das Bild für unsere praktische Lebenswirklichkeit und damit sagt Paulus wir spüren den Druck des Leidens Jesu mit in unserem Alltag wir tragen es an unserem Leib mit uns her und das hatte der Jesus ja auch den Jüngern so angekündigt wenn ich nochmal an diese berühmte Stelle in Matthäus 10 erinnern darf an die erste Aussendungsrede und der Herz an anderen Stellen auch gesagt Vers 24 Matthäus 10 der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn es ist für den Jünger genug dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr haben sie normal sagt Jesus es kann nicht anders sein dass ein Jünger ihrem Herrn in mancher Hinsicht ähnlicher werden und der Druck den wir erfahren der gilt ja eigentlich Jesus er ist ihnen ein Dorn im Auge ihn lehnen sie ab sobald sie seinen Autoritätsanspruch verstehen und seine Diagnose unserer Schuld und für uns ihr lieben ist es ein Adel für uns ist es eine Ehre an diesem Leiden Jesu und sei es nur ansatzweise teilzuhaben er hat uns in seinen Weg hineingezogen so wie es ein altes Lied sagt du gingst oh Jesu unser Haupt durch Leiden Himmel an und führst jeden der da glaubt mit dir die gleiche Bahn die Sache ist dein Jesu Christ du gingst oh Jesu durch Leiden Himmel an unser Haupt und führst jeden der da glaubt gewissermaßen an deiner Hand auch Jesu stärkt unser Vertrauen für Jesus und wir sehen oft unter dem Druck ja nochmal klarer worauf es wirklich ankommt was wirklich am Ende wichtig ist und vieles fällt weg was nur Ornament war und Oberflächlichkeit und in beiden Fällen die ich zitiert habe also Philippa 3 und 2 4 da werden wir das müssen sie unbedingt auch festhalten nicht nur mit dem Kreuz Jesu verbunden sondern wir werden schon jetzt mit seiner Auferstehung verbunden auch das sagt Paulus in diesen Stellen Philippa 3 und 2 ganz deutlich auch die Kraft seiner Auferstehung nicht nur das Leiden seines Kreuzes auch die Kraft seiner Auferstehung wirkt jetzt schon in unser Leben hinein schickt jetzt schon ihre Strahlen voraus dass wenn wir an einem Grab stehen wir wissen das ist nicht das Ende dass wir wissen unser Leben geht nicht auf ein dunkles Loch man deutlich darauf hinweisen dass an einem entscheidenden Punkt Jesu Leid und unser Leid völlig unvergleichbar sind sein Leiden hat unsere Schuld gesünd an seinem Kreuz hat Jesus stellvertretend die göttliche Strafe auf sich genommen die wir für unser sündiges Leben verdient gehabt hätten sein Opfertod am Kreuz hat allein die Kraft unsere Schuld zu tilgen und unsere Verdammnis aufzuheben und uns zu retten wie der Dienen und sein Leben zu einer Erlösung zu geben für viele diese Kraft hat allein sein Leiden und dazu können wir nichts beitragen unser Leiden kann niemals eine sündende Wirkung haben weil wir ja selber Sünder sind wir können nicht mal für unsere eigene Sünde bezahlen beschweige denn für die von irgendjemand anderem das kann nur Jesus und trotzdem und trotzdem bringt Jesus uns mit seinem Kreuz eng und deswegen lese ich noch einmal zur Erinnerung Markus 8 in Markus 8 wird das genauso gesagt wie in Lukas 9 ich lese es jetzt nach Markus 8 ab Vers 34 und damit kommen wir dann auf die Zielgerade wo Jesus mal deutlich sagt wie er uns mit dem Kreuz gewissermaßen verbindet sein Kreuz unser Kreuz wer mir nachfolgen will der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach und dann Markus 8 Vers 35 denn wer sein Leben erhalten will der wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinet will und um das evangelieren will der wird es erhalten wer mir nachfolgen will der verleugne sich selbst nehme sein Kreuz auf sich sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt nicht sich geduldig mit einer schwierigen Lage abzufinden und für den einen ist das Kreuz dann eine nein wer sein Kreuz auf sich nahm der war unterwegs zu seiner Hinrichtung wer sein Kreuz auf sich nahm und das bedeutete immer den Querbalken dieses Partibulum auf sich zu nehmen und damit zu gehen bis zu dem Hinrichtungsort wo dann schon der Längsbalken bereit war und wo man den Verurteilten dann mithilfe dieses Querbalkens an dieses Kreuz brachte er hatte mit seinem alten Leben abgeschlossen und das meint Jesus hier er nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst das ist gemeint sich selbst verleugnen das heißt nein sagen zu meinem dicken ich das ist gemeint Abschied nehmen von meinem egoistisch bestimmten Leben verleugne sich selbst nehme sein Kreuz auf sich alle selbst ausgedachten Pläne und Ziele prinzipiell an Jesus ausliefern und stattdessen Jesus nachfolgen er hat das sagen Regierungswechsel ist das Machtwechsel ist das nicht weniger Jesus zu sagen Herr verfüge du über mein Leben lenke mich nach deinem perfekten Plan endlich frische Luft endlich frische Luft Pastor Kemner hat immer gesagt wir Menschen die zum Glauben kamen diese stinkige Selbstverliebtheit die Jesus uns abnehmen will diese stinkige Selbstverliebtheit und nur Jesus kann sie uns abnehmen und natürlich weiß der Herr dass die alten Impulse immer noch mal hochkommen und darum steht ja hier in Lukas auch der nehme sein Kreuz auf sich täglich steht in Lukas extra der nehme sein Kreuz auf sich täglich das ist auch ein Lernprozess aber die wichtigste Entscheidung ließ ein für allemal durch und D.A. Carson hat das großartig in einem Aufsatz über unseren Text so ausgedrückt er sagt sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet die Entscheidung ist gefallen der Punkt einer möglichen Galgenfrist ist längst überschritten alle Hoffnung noch einmal meine Eigeninteressen an die erste Stelle zu setzen ist gestorben das meint dieser Vers der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach das heißt Bekehrung Jesus ist jetzt mein Herr Jesus dir nach weil du rufst mit Jesus leiden mit Jesus leiden das heißt täglich mit diesem Kreuz durchs Leben laufen täglich meinen Egoismus verleugnen täglich Jesus zu folgen auch wenn wir manchmal stolpern immer wieder aufzustehen täglich Jesus zu folgen und dabei glücklich zu sein das ist ja das Ergebnis noch einmal Carlson er sagt ein Nachfolger Jesu trifft fröhlich selbstverleugnende Entscheidungen einfach weil die Nachfolge Jesu das erfordert einfach weil es in Gottes Augen richtig ist ein Nachfolger Jesu trifft fröhlich selbstverleugnende Entscheidungen einfach weil die Nachfolge Jesu das erfordert einfach weil es in Gottes Augen richtig ist und Paulus sagt euch ist es geschenkt euch ist es geschenkt in eurem Verhältnis zu Jesus ja ihr macht noch Fehler ich mache noch Fehler euer dicker alter Adam kommt hoch mein dicker alter Adam kommt hoch aber der hat Geduld mit uns er führt uns und er er macht es wieder täglich mit uns und wir dürfen uns selbst verleugnen und seiner Herrschaft in unserem Leben fröhlich zustimmen euch ist es geschenkt nicht nur in ihn zu glauben sondern auch für ihn zu leiden und zugleich aufs engste mit seinem Kreuz verbunden zu werden das heißt mit ihm zu leiden aber auch hier schon zu erleben wie seine Auferstehung ihre Strahlen weit voraus wirft mitten hinein in unser Leben liebe Gemeinde viele Menschen die sich für Christen halten haben diese Freude niemals erlebt auch diese unbändige Freiheit nicht die daraus erwächst sich selber loszuwerden sie haben sich einmal offiziell zu Jesus bekehrt wie sie sagen sie haben ein Gebet gesprochen vielleicht an einem Ritual teilgenommen und sich trotzdem weiter an ihr kleines Leben geklammert trotzdem weiter eifersüchtig über ihr privates Hoheitsgebiet gewacht trotzdem engherzig ihre persönlichen Vorlieben gepflegt und sensibel gemieden was ins Leiden für Christus führen könnte und dabei haben sie niemals die Freiheit erfahren wie Jesus dem schenkt der ihm alles ausliefert und was sagt unser Herr Markus 8 wer mir nachfolgen will der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach denn wer sein Leben erhalten will der wird es verlieren und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums Willen der wird es erhalten denn was hilft es dem Menschen wenn er die ganze Welt gewinne und nähme an seiner Seele schaden denn was kann der Mensch geben womit er seine Seele auslöse was kann der Mensch geben womit er seine Seele auslöse und die Antwort heißt nichts du kannst nichts geben womit du deine Seele jemals auslösen könntest du kannst dich nicht freikaufen und du wirst dein hartes Herz auch nicht selber weich bekommen du hast nur die eine Chance dich damit zu Jesus zu flüchten und zu bitten und zu betteln dass er dich eng an sein kreuz heran zieht dass er dir deine Sünde vergibt dass er dein Ego zurecht stutzt und du dich endlich dafür schämen kannst endlich dafür schämen kannst und dann wirst du selber erfahren dass für Jesus zu leiden keine Schande ist sondern eine Ehre und dass ihm zu gehören dich nicht arm macht sondern frei Jesus Christus dafür danken wir dir dass du der Herr bist der König und dass du dieses Leben auch mit den Leiden gebrauchst um die deine näher zu dir zu ziehen und so lass viele noch einstimmen aus vollem Herzen in dieses Bekenntnis Jesus dir nach weil du rufst dir folgen weil du bist der du bist einzigartig unvergleichlich dir will ich folgen großer Herr denn dir gebührt alle Ehre und du hast alle Macht im Himmel und auf Erden Amen und jetzt lasst uns das singen